Target hat Zahlen gebracht und Target hat gute Zahlen gebracht. Ich hatte das gestern schon mal kurz erwähnt, als ich einmal kurz reingeguckt habe. Wir haben hier Earnings Per Share, die liegen bei, na wo haben wir es hier? Earnings Per Share 1,89. Ja, 1,89 erwartet war hier 1,40, also deutlich besser als erwartet. Aber wir sehen es auf der anderen Seite eben auch 40% unterm Vorjahreswert. Der Umsatz, der ist um 1,3% gestiegen auf 31,4 Milliarden, auch deutlich mehr als erwartet. 30,7 waren hier erwartet. So, was mir jetzt gut gefällt an der Target-Aktie, ist, wenn wir mal hier auf die Range 2024-2025 schauen, dann werden hier weitere deutliche Gewinnsteigerungen erwartet. Und wir sehen ja auch diese Gewinnsteigerungen jetzt hier schon über die letzten drei Quartale. Allerdings ist es so, dass wir hier immer noch in einem Bereich der sogenannten Tough Comps unterwegs sind. Also wir müssen hier im nächsten Bereich, wir mussten jetzt hier vergleichen mit 3,19, deswegen steht hier minus 41%. Im April stehen wir hier immer noch bei 2,19. Wenn Target das schafft, die Gewinne weiter nach oben zu fahren, was ich nicht unbedingt glaube, weil natürlich über das Weihnachtsgeschäft auch immer relativ viel läuft und es dann erst mal ein bisschen einbricht, dann haben wir eine Chance, hier wenigstens einen ausgeglichenen Wert zu kriegen. Wahrscheinlich werden wir aber noch drunter liegen. Das, was jetzt von Seiten der Guidance gebracht worden ist für nächstes Quartal, also das, was dann hier stehen sollte, das ist ein EPS für das erste Quartal so Richtung 1,50 bis 1,90. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum diese schöne vorbörsliche Bewegung, die wir gestern kurz gesehen haben, ein sauberer Spike nach oben, warum die wieder abgebaut worden ist und wir jetzt hier heute vorbörslich sogar 1,4% im Minus sind bei der Target. Ja, dieses EPS oder diese Gewinn pro Aktie mit 1,50 bis 1,90, der hier jetzt von Firmenseite erwartet wird, der liegt deutlich unter den 2,16, die die Analysten gerne gesehen hätten. Ja, ein 2,16, das wäre ungefähr schon wieder der Bereich des Vorjahres gewesen, aber anscheinend kommen wir da noch nicht dran. Ja, und auch auf Jahresbasis ist es eben nicht so schön, wie man das hier annehmen mag. Ja, hier wird ja auf Jahresbasis noch 9,06, antizipiert von der Analystenseite. Hier hat Target jetzt eine Range gebracht zwischen 7,75 und 8,75. Also unter dem, was man gerne gesehen hätte. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, dazu ist es für die Shareholder auch ein bisschen suboptimal. Hier ist also im letzten Quartal sind keine Aktien dazu gekauft worden, obwohl die Preise eben niedrig waren. Wenn wir uns das mal angucken. Hier auf Jahresbasis. Ja, dann sehen wir hier im Quartal, die Preise waren nicht besonders hoch, ja, verglichen mit dem, wo wir schon waren. Hier oben bei 240 Dollar. Jetzt lagen wir sie bei 240 Euro. Jetzt lagen wir so bei 160 Euro. Es ist trotzdem nichts dazu gekauft worden. Das zeigt, dass man unsicher ist, wie es in der nächsten Zeit weitergeht. Man vielleicht dieses Kapital lieber erst mal trocken hält. Denn im Prinzip stehen für dieses Aktienrückkaufprogramm bei Target, was immer noch läuft, noch knapp 10 Milliarden Dollar zur Verfügung. Ja, so und jetzt haben wir eben gesehen, der Ausblick ist schlechter als erwartet. Die Zahlen waren okay. Wir haben gesehen, dass wir rote Zahlen haben bei der Gewinnentwicklung. Ja, und das ist vielleicht alles ein bisschen mau für eine Aktie. Ja, ich gehe jetzt mal hier auf die Kennzahlen. Ja, für eine Aktie, die jetzt hier mit einem 17er KGV bewertet ist für Forward, also für die Earnings vom nächsten Jahr. Wenn wir sehen, wir waren hier in den Vor-Pandemie-Zeiten bei 12,13. Okay, das ist schlicht und ergreifend noch sehr, sehr teuer, wie ich finde. Und wenn wir hier nicht auf die Forwards gehen, sondern auf die Trailing 12 Months, dann liegen wir sogar bei einem PI von 30 fast, 28. Ja, also die Target-Aktie ist relativ teuer und deswegen kommt die auf jeden Fall erst mal nicht in mein Depot. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.